Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Scary Videos. Ja, die Folge heißt Scary Videos und nicht Creepy Videos, wie ich im ersten Part gesagt habe. Deswegen für das nochmal sorry. Aber ist ja auch egal, wir legen jetzt direkt mal los mit dem eigentlichen Mythos. Und zwar, ja, ist es diesmal ein YouTube Mythos. Und zwar handelt es sich in diesem YouTube Mythos um einen User 666, der gesperrt ist. Und zwar hat er interessante Videos auf YouTube hochgeladen und ja, also bevor ich jetzt weiterrede, sag ich erstmal nichts weiter dazu, sondern wir starten jetzt einfach direkt zu und dann seht ihr ja, was dieser YouTuber für Videos gemacht hat. Viel Spaß damit! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!